Aber wirklich süße! Ich hätte ausgesehen etwas Bier. Nichts, nicht, 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 nicht! Wenn du aussiehst, wie du siehst so schön aus, wie ein chinesischer Grasgipfer. Unfassbar! Was für eine Erscheinung mitten in der Nacht, da steht plötzlich ein gesamter ferner Kontinent im Zimmer. Wenn du übrigens noch tausende Jahre von Geschichte nimmst, ne? Geschichte, verstehst du? Historie! Du mir leid, du mir leid, du mir leid. Was hast du ihr gemacht? Ja, du mir leid, das passiert, du mir leid. Wie soll sie denn so je wieder? Wie soll sie denn so? Bleib mal ein bisschen besoffen, oder was? Wie das blutet! Zeig mal! Es blutet die ganze Zeit! Zeig mal! Vielleicht müssen wir das ausbrennen, damit das auf uns bluten. Nein! Schuss, schuss, schuss! Schuss, schuss! Schuss, schuss! Was ist, wenn wir den Zahn einfach wieder in das Loch stecken?